Musik So meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe diesmal ein Team Deathmatch auf der Maps Crapyard für euch. Und ich bin nicht alleine, ich habe den JB und zwar ein Live dabei. Richtig und ich begrüße euch auch auf meinem Kanal, denn ich nehme auch auf. Unfassbar, aber wahr. Ach, wir nehmen auch auf, gut. Wir spielen hier live, ich renne mit der AK, die schallgedämpft ist es rum. Wir haben Stefan mit dem Perkhost Pro dabei, der uns dann hoffentlich den Arsch des Öfteren rettet. Ja, ansonsten schauen wir, was sich hier machen lässt. Ob wir böse Pwn können nicht... Oh, Double? Nee, nix Double. Scheiße. Lo, der Tube tue wieder einer, ey. Alles was im Team ist positiv. Das ist eines Rennerstrands. Ja, ja, ich weiß von dem... Oh, lol. Oh, scheiße. Wolbing. Ja, Wolbing, weil ich ihn angehittet habe. Ach, gegenüber rechts kommt einer. Oh, ja, wo kann man die denn? Warum kann man die denn? Warum kann man die am Spawn, ey? Unglaublich. Aber unsere Rettung ist da nicht gerade die Besten, hier. Die kann man da zitiert. Oh, danke, Steff. Ähm. Oh. Aufklärungsdrucker online. Nein. Wann, da weiß ich nicht, was er macht. Ist der auf Kawa oder so? Ich hab Angst, die kommen alle raus. Okay, die werden getubt. Uah. Boah, von hinten, ey. So. Ich hab doch Dröhnchen. Da bin ich wohl nicht in die Gasse. Predator. Wow, wow, wow. Ey, irgendwie kann man hier überall, ne? Ich töte jetzt einfach so frechig meine Predator, auch wenn die schon so hart geht. Oh, fuck, ey. Einflug. So. Ich weiß nicht, wie weit ich mit einer Abschussserie bin. Ich war das nicht hinter denen, der schugt. Hast du die Skar dabei? Nein, die AK. Auch AK, okay. Ja, ich hab gerade eine Skar aufgenommen. Die hat sie... Uh, danke, Steff. Steff rett mir schon zur zweiten an den Arsch. Ich weiß nicht so recht, wo ich hin sollte mit den Gegnern. Nein, nein, nein. Du musst nicht verrecken, ey. Ja, das denke ich mir auch gerade. Bei 100 Pro geht es ja down. Ja, klar, komm, die gammeln natürlich hin zu zweit. Jawoll, ja. Hedgehardt, jawoll. Hedgehardt mit der Predator. Sehr nice. LOL. Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ey, was geht? Ah, da oben gammelt noch einer. Hier, Payflow. Chats. Ich kann nämlich mal in Spawnerwing. Und Watterwing gechillt ab, was mein Harrier da produziert. Ja, hier, da rentt einer schon mit. Da rentt einer mit der Drap. Oh, jawoll, Tube. Jawoll, wie ich es liebe. Painkiller und Tube, das ist einfach wirklich ein Traum. Ey, wirklich. Wie ich es hasse. Natürlich, mein Harrier geht drauf und dein Paper. Ja, mir ohne. Der Paper bekommt ihr jetzt dann gleich erstmal. Ich vermute, Stefan spielt mit der Schalke dem Passat. Okay, die ist fast leer, egal. Ich hätte mich mir gerade immer aufgenommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir die böse Pwn. Guck mal, 48 zu 16. Wow. Weißt du, wie viel Geld es mein Paper gemacht hat? Ich glaube, einen. Okay, ich habe meinen Chopper. Bis der hier auf der Map drinne ist, ne? Shit. Da kommt einer zu mir. Ja, das war ein Spiel aufs Ende. Hast du ein Lüge dabei? Nee, gell? Du hast kein Lüge dabei. Ja. Ich habe mich da irgendwo hingepflanzt. Oh, ich habe einen Tuber gehört. So, jetzt habe ich ein Problem. Oh, ne Stinger, glaube ich. Nehme ne neue Predator. Nachladen. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Alter, da rennt einfach einer vorbei, ey. Spaß, ey. Sind alle im Haus. Oh, na, ich wurde gekillt. Alle im Haus, sagst du? Ja. Hier an der Hosenhalle da. Oh, ja. Shit. Ich habe jetzt eingekillt. Oh, je. Ich habe nur noch 8 Schüsse in meiner AK. Wo sind sie jetzt? Immer noch im Haus. Jetzt sind sie in einem anderen Haus drüben. Da-dum. Leute, ich gewinne. Wir gewinnen mit einem 7500 zu 2200. Ich habe einen 21 zu 2 und für Bia ein 28 zu 4. Ich denke ganz ansehlich. Oh, und Heta hat ein 15 zu 2. Lässt sich zeigen. Ich denke ganz ansehlich. Genau, für ein Live-Commentary. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und Bia, du hast das Schlusswort. Ja, dann gebt da ein Däumtchen nach oben und bis zum nächsten Mal. Servus. Ja, dann gebt da ein Däumtchen nach oben und bis zum nächsten Mal.